Mein Name ist Katharina, ich bin jetzt elf Jahre alt bei der Firma Pankl und bin derzeit in der Schlosserei in Kapsberg tätig, im Bereich Entkarten. Wir bearbeiten die Bereiche, die nicht schnell entkartet sind, mit verschiedensten Werkzeugen, Handfräsern, Bolierern, Slifer, einfach nochmal die Kanten nach und brechen und verrunden bestimmte Bereiche. Das macht es eigentlich so spannend, der ganze Bereich, weil die ganzen Produkte sehr unfallreich sind, kein Produkt gleicht eigentlich dem anderen und das macht es gerade sehr interessant und stellt mich immer wieder vor neue Herausforderungen. Was mir besonders taugt, ist das große Team, in welchen wir arbeiten. Man kommt mit sehr vielen verschiedenen Kollegen dadurch auch in Kontakt und aufgrund der großen Produktpalette macht es auch das tägliche Arbeiten immer sehr spannend. Es ist schon etwas richtig Feines, wenn man dann weiß für welche Kunden, dass die Produkte gefertigt werden und vor allem wo die wirklich eingesetzt werden. Das motiviert mich auch und das finde ich richtig super.